herz willkommen freunde zu schrott oder nicht? oh Gott oh Gott wir spielen Gravillon wie es da eben schon stand Oh Xionix Ui Also, wie geht denn das Spiel jetzt hier? Lol, ich hab da noch nicht mal was gemacht Hier kann man noch die Lautstärke ändern Die Frage ist eigentlich nur, wo ich hin muss, ne? Ah, ich... muss ich da in Continio rein? Ich glaube, kann das sein? Kann ich da irgendwie auf Continio klicken? Kann ich nicht Kann ich da bestätigen? Alles klar Oh, ich hab er gedrückt Wie komme ich denn jetzt da oben auf Controls? Kann man das jemand sagen? Ach so Okay, wir müssen auf Act 1 mit zweimal Leertasse bestätigen, alles klar Das Spiel gibt es diese Woche Mitte Oktober bei Steam für 19 Cent Es ist 98% reduziert Eigentlich kostet es 9,99 Euro, jetzt glaube ich 19 Cent Da dachte ich mir, komm, hol sie 19 Cent, das ist ja... Ich muss jetzt testen wir jetzt mal, wie das Spiel hier so ist Ich muss dich irgendwas drücken, ne... Ich muss jetzt mal aufnehmen Und dann noch mal auf nochmal auf Und dann noch mal auf Oh, oh, oh! Ich muss da irgendwie drauf. Ich muss wahrscheinlich da in die Mitte runter, oder? Obwohl, das ist eigentlich Schwachsinn, hier runter zu gehen, oder? Oh Gott, jetzt bin ich maximal verwirrt. Wahrscheinlich falsch, ne? Na toll. Ach, ich muss da drunter bleiben jetzt. Ah, alles klar. Oh Gott, das spießt gar nicht so einfach. Jawohl, weil ich drinne bin, Leiter zu drücken. Jetzt komm ich da hinten raus. Ne, das ist schon mal verkehrt gewesen. Nein, ich wollte auch andersrum. Nein! Oh Gott. Jetzt bin ich auch noch dran vorbei hier. Das gibt's aber noch nicht. Oh Gott. Oh Gott. Nein! Oh, ich bin ja dran vorbei. Aber mittlerweile weiß ich, wie das Spiel geht, ja? Die weißen Dinger bedeuten entweder immer, dass ich nach oben fliege oder halt nach unten, je nachdem. Und ich muss immer in die blauen Felder rein und da dann Space drücken. Das gibt's nicht. Und dann links ist meine Anzeige, wie viel Fehlversuche ich schon hatte. Okay, da rein jetzt. Stopp! Wunderschön! Warte geht's. Wie soll ich denn da jetzt reinkommen? Ich muss in das große blaue, ja? Ist doch richtig, oder? War richtig? Hammer. Geil! Da, da, da! Sex? Tue, da! Da, da! Da, da! Oh Gott, was willst du denn? Oh, Gott. No. Wie solltest du denn? Okay, da komm ich nicht weiter, so war das Mist. Aber wie komm ich denn da hin? Okay. Okay. noch mal das ist auch mit ihr habe Und dann komme ich da nicht mehr hin, verdammt. Wir sehen, das Spiel ist gar nicht so einfach. Nein! Aber so könnte es gehen. Ich muss den da nur erwischen. Nein! Das gibt's nicht! Ich werde mal verrückt bei dem Spiel hier. Aber ich denke, das Spielprinzip müsstet ihr verstanden haben, oder? Nein! Nein, das gibt's nicht! Da setzt er sich genau dazwischen. Ohhhhhhhhh! Manu, 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 Manu. Manu, 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 Manu. Manu, 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 Manu. 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 Manu, 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 Manu. Manu, 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 Manu. Manu, 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 Manu. Manu, 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 Manu.